So, nochmal, bevor alles weg geht hier, ne? Nochmal zeigen, ja? So, hm? Spürst du auch mit? Ja. Spürst du auch mit? Komm her, Rüntting. Hallo. Ah, du bleibst ja noch ein bisschen hier, ne? Du gehst ja erst dieses Tag weg, ne? Du gehst ja erst dieses Tag weg, Rüntting. Alles gut? Hm? Na, ne? Hopp. Aha. Ja, wir haben uns auch langsam angefreundet, ja? So, hm? Wir haben uns auch langsam angefreundet, komm her. So, hm? Haben wir uns auch langsam angefreundet, ja? Hallo. Hins? Komm her. Litter. Lackstück, auf der, komm her. Auf wieder, ja? Lackstück und die Graufeder, ja? Die Graufeder, die ist noch da, ne? Du bist noch da, aber nicht mehr lange, glaube ich, ne? Nicht mehr lange, ne? So, hm? So, komm her. Ja. Nicht mehr lange, ne? Und du? Du bist auch hier auf die Reise, ne? Hm. Komm her. Hm? Graufeder, alles gut? Wollt? Also, ja? Ganz ruhig. So, ja, da noch lange, ne? Du bist nicht so wichtig, ne? Komm her. So, wohl, ne? Ja, ja. Allt ist gut, ne? Allt ist gut. Komm her. Also wenn es fahre, dann bist du gar nicht im Geschäft, ne? Du bist doch gar nicht im Geschäft, ne? Und du wirst abgeholt heute, ne? Du wirst heute abgeholt, ne? So. Und wie sieht es hier? Du? Kleine Ratte, du, ne? So. Alles gut? Na? So geht es auch noch auf die Reise, ne? Na? Da spinnt noch ein bisschen rum. Komm mal her, Rümpfing! Hallo! Komm her! Komm her! Da bist du, ne? Du bist auch ein Reise-Velli, ne? Du wirst jetzt in Blauweiten, glaube ich, zusammen auf Tour, ne? Ja? Ja? Du schlappst hier mit dem Blauweiten, ne? So ist er denn, hm? So. So. Du wirst hier ein bisschen verspäckten. Hm? Kann man hier bespäckten oder was? Hm? So. Ja, hm? Ja. Ja. Wo fliegt der denn rum, hm? Ja. Hm? Hm? Alles gut hier? Hm? Ja. Wir wollen noch ein bisschen Schaufliegen machen hier, ne? Ja. 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 Soll ich mal sagen, wo du hingehst? Ja. 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 Soll ich mal sagen, wo du hingehst? Ja, wie ich will, ne? So geht es noch aufs Puzzerminat, da geht es rein. So Filomena nach Leverkunde, so geht es so Filomena nach Leverkunde. So, was ist hier los? Was ist hier los mit dir? Du alter Bursche. Aha, ich habe dich gesucht, jetzt bist du am Baden. So, jetzt bist du am Baden, komm mal her. So, machst du dich gerade nass, machst du dich fein für die Reise nächste Woche, ja? So, bist du am Baden, so sieht man aus, wenn man gebadet hat, ne? Ich glaube, das ist dein Kumpel, komm mal her. Ich glaube, das ist dein Reisekumpel hier, ne? Ja, bist du das, ja? Bist du der Reisekumpel? Seid ihr reißt hier beide zusammen, ich meine ja, hm? Ich meine ja. Du sollst auch was machen, ne? So, hm? Komm mal her. Hm? So, du alter Spinner, ne? Hm? Hallo! Hm, alles gut? Der versteckt sich hier hinten noch. Glatze, ja? Die Glatze versteckt sich, ja, so, hm? Versteckt sich die Glatze. Und du auch, hm? Mhm. Warte, Meister. Alles gut? So ist man hier mit euch beiden los, hm? Ja, komm mal her. Hopp. Was ist hier mit euch beiden los, hm? Ja, ja. Alles gut, hm? Ja. Alles ist gut, ne? Hm? Ja. Ja, was mache ich jetzt? Ja. Das mache ich jetzt, hm? Hallo. Hm? Komm her, drauf, Peter. Immer dich nochmal, ne? Komm her. Nicht drauf, Peter. Alles gut. Und ich will heute weg jetzt, ne? So. Ja, komm her. So. Das reicht, ne? Komm her. Frau Igor nochmal zeigen, ja? Guten Morgen, Frau Igor, ne? So.